Für mich steht völlig außer Frage, dass wir uns nach Alternativen zur Energieerzeugung umschauen müssen. Ich gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das ist doch Unsinn, Herr Behnow. Wir brauchen eine Strategiekommission für erneuerbare Energie. Wir brauchen keine Strategiekommission. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer. Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu den Breaking ElectroNews, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube. Und heute mit folgenden Themen. Schnelllader direkt neben den Zappsäulen. Bekommt das Model 3 eine Wärmepumpe. Citroën C4 Preise veröffentlicht. Die voreingenommenen Ölnachrichten. The Community Corner und Haha, I found an Error. Dass Elektromobilität auf dem Weg ist, eine völlig normale Sache zu werden. Also nicht mehr nur für Nerds und Enthusiasten. Zeigt folgende Nachricht von elektriff.net, auf die mich die Zuschauer Ralf, Bernd und Uwe hingewiesen haben. Elektriff.net schreibt, Raststätte Weratal, Schnelllader direkt neben Zappsäulen. Der Energieversorger INBW, der in letzter Zeit ja wirklich recht umtriebig ist in Sachen Elektromobilität, hat gemeinsam mit Tank und Rast einen neuen Schnellladepark an der Raststätte Weratal Süd an der A4 in Hessen eröffnet. Soweit erstmal nicht ungewöhnlich, aber es gibt eine Besonderheit. Denn erstmals an einer deutschen Autobahn finden sich Ladestationen für Elektroautos neben Zappsäulen für klassische Kraftstoffe. Jetzt wird ja eine oder andere sagen, will ich das überhaupt? Ich meine, es entstehen ja auch so ein paar Dämpfe beim Betanken von einem Verbrennerfahrzeug. Aber ich denke, es ist schon ein wichtiger Schritt hin zur Normalisierung der Elektromobilität. Und was noch hinzukommt, man hat dann auch ein Dach über der Ladesäule und kann dann auch bei regentrockenen Fußes sein Auto an die Ladesäule anstecken. Und das ist ja dann doch wieder ein Stück weit Komfort, den man gerne haben möchte. INBW hat an der Raststätte drei Alpitronic Hypercharger mit CCS-Ladeleistung von 300 kW installiert. Hinzu kommt eine vierte Säule mit bis zu 150 kW, die auch Schademo und AC unterstützt. Außerdem ist auf dem Tankstellendach eine PV-Anlage installiert, die an sonnigen Tagen bis zu 25% des Strombedarfs der Raststätte im Normalbetrieb abdeckt, ohne die Schnelllader wohlgemerkt. Andreas Rehm, Geschäftsführer von Tank und Rast, sagt hierzu, es ist nicht nur ein gemeinsames Dach. Vielmehr sei die Gleichbehandlung der unterschiedlichen Antriebsarten das Gebot der Stunde, weshalb die neue Anlage symbolisch für den strategischen Kurs von Tank und Rast stehe, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Elektromobilisten sollen den gleichen Komfort genießen wie Verbrennerfahrer. Ich weiß ja, wie ihr das Ganze seht. Ich begrüße diesen Schritt von Tank und Rast und INBW. Natürlich wird sich im Alltag zeigen, wie praktikabel, wie praktisch das Ganze ist, aber der Elektroantrieb soll ja den Verbrennerantrieb verdrängen. Und das ist für mich so eine gewisse Symbolik, dass dieser Schritt jetzt begonnen hat und wir in eine verbrennerfreie Zukunft starten. Und deshalb gibt es von mir in dem Fall für INBW und Tank und Rast einen Daumen hoch. Die Zuschauer Norbert und Ralf haben mich auf folgenden Artikel ebenfalls auf elektriff.net hingewiesen. Demnach gibt es Hinweise, dass zukünftige Model 3s eine Wärmepumpe erhalten könnten. Elektriff.net schreibt hierzu, Tesla bereitet offenbar einige Upgrades für das Model 3 vor, zumindest was die in China produzierte Variante betrifft. Neben einem überarbeiteten Frunk und Lenkrad sowie einer elektrischen Heckklappe, auch nicht ganz unwichtig, deutet einiges darauf hin, dass die Limousine auch eine Wärmepumpe erhalten wird. Und den Schluss zieht Elektriff.net aus Informationen von einem Zulieferer. Demnach könnte nicht nur das Model Y, sondern eben auch das überarbeitete Model 3 entsprechend mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden. Konkret hat Tesla dem Zulieferer Aoteca aus Nanjing zwei große Aufträge für Wärmepumpen erteilt. Das geht aus einem firmeneigenen Dokument des chinesischen Unternehmens hervor. Und die Stückzahlen, die man da lesen kann, sind durchaus beeindruckend. Die Bestellung wurde im Mai 2019 aufgegeben und umfasst 200.000 Stück mit einem Produktionsstartdatum im Januar 2021, also nicht mehr weit hin. Diese Wärmepumpen sind offenbar für das Model Y vorgesehen. Ein zweiter Auftrag über 450.000 Wärmepumpen haben die Kalifornier im Mai 2020 für einen Produktionsstart im August 2020 erteilt. Da Tesla noch nicht mit der Produktion des Model Y begonnen hat, liegt auch aufgrund der Menge der Verdacht nahe, so elektrisch.net, dass diese Wärmepumpen Einzug in das Model 3 halten werden. Das sind wieder gute Nachrichten von Tesla, denn gerade in der Übergangszeitung, also Herbst und Frühjahr, wenn es noch nicht die richtigen Minusgrade hat, aber auch nicht mehr richtig warm ist, bietet so eine Wärmepumpe sicherlich einige Vorteile. Ich selbst überlege ja, mir ein iWSU5 anzuschaffen. Dieser verfügt nicht über eine Wärmepumpe. Dann werde ich vielleicht auch das erste Mal überhaupt in meinem Elektroautofahrerleben merken, wie wichtig oder wie wenig wichtig so eine Wärmepumpe in meinem tatsächlichen Fahralltag dann ist. Ich begrüße auf jeden Fall diese Meldung und hoffe, dass es sich auch bewahrheitet und dass es zukünftig wirklich eine Wärmepumpe auch im Tesla Model 3 geben wird. Und dann habe ich noch eine weitere Meldung von elektriff.net, diesmal den C4 von Citroen betreffend, und zwar die elektrische Version. Citroen hat jetzt die Preise für das Fahrzeug bekannt gegeben und der Einstiegspreis für den EC4 beträgt 33.766 Euro. Dieser Preis bezieht sich unter Berücksichtigung von 16% Mehrwertsteuer. Das wird sich ja zum 01.01.2021 wieder auf 19% normalisieren. Davon gehen wir zumindest alle aus. Die ersten C4 werden laut Citroen im Dezember 2020 ausgeliefert. Das heißt also, wer dort schnell ist und bei den ersten Auslieferungen schon zugreifen kann, der wird noch von dem geringeren Mehrwertsteuersatz profitieren. Das vorausgesetzt hat elektriff.net einen Startpreis nach Berücksichtigung der Umweltprämie von 24.286 Euro ermittelt. Und da kann man sicherlich schon als Kaufinteressent ins Grübeln kommen, ob da nicht die elektrische Variante des C4 die bessere Wahl ist im Vergleich zum Verbrenner. Ich habe mal auf der Internetseite von Citroen geschaut. Der C4 Verbrenner geht demnach bei 23.336 Euro los, allerdings in der Vielvariante. Und elektriff.net schreibt, dass es dort auch noch eine Variante gibt, die sich Live nennt. Die gibt es in der E-Version nicht zu kaufen. Ich habe sie aber auch auf der Internetseite im Konfigurator für den Verbrenner C4 nicht gefunden. Alle Varianten des EC4 werden sich in einem Preisbereich von unter 40.000 Euro netto bewegen, schreibt elektriff.net. Also die Ausstattungsvarianten Feel, Feel, Pack und Shine werden jeweils unter der Grenze liegen für die volle Umweltprämie. Das sind auf jeden Fall positive Nachrichten. Der EC4 wird auf der gleichen Plattform ausgeliefert wie der eCorsa, wie der e208 und der e2008. Von der Größe her würde ich mal sagen, er ist auch ein Stück weit größer als der VW ID.3. Ob dann aber der Mehrpreis im Vergleich zum ID.3 jetzt bei der Einstiegsvariante wirklich gerechtfertigt ist, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Denn der ID.3 soll ja in der kleinsten Akkugröße dann auch für unter 30.000 Euro zukünftig erhältlich sein. Insgesamt aber eine positive Nachricht, denn mehr Auswahl unter den Elektroautos kann man ja wirklich nur begrüßen. Ja und dann kommen jetzt auch schon die voreingenommenen Ölnachrichten. Ja und ich greife nochmal eine Meldung zu einem verunglückten Güterzug auf, bei dem tausende von Lidder Diesel ins Erdreich gelangt sind. Der Zuschauer Norman hat mich auf ein Update bei SWR.de hingewiesen. Dort steht zu lesen, 20.000 Tonnen verseuchter Boden ist bereits abgetragen und abtransportiert worden. Es liegt aber immer noch der Geruch nach Diesel in der Luft. Ein gewisser Rest ist auch noch in der Erde, sagt Bahnsprecher Frank Osteroth. Wie viel kann momentan keiner sagen, aber wir gehen von einem geringen Anteil aus. Natürlich, das ist ja immer so. Weil wir es so dermaßen viel ausgehoben haben von den 2500 Quadratmetern, mussten wir teilweise auf eine Tiefe von 6,5 Meter gehen. Wir haben aber teilweise noch Dieselspuren gefunden, die jetzt noch beprobt werden. Ja, also ich gehe mal davon aus, es ist wahrscheinlich noch mehr im Erdboden, als die Bahn hier offiziell zugeben will. Tiefer graben wollte die Bahn trotzdem nicht. Aus Sorge, dass sich der verseuchte Boden mit dem Grundwasser mischen könnte. Eine Möglichkeit, noch Restbestände an Diesel abzubauen, sollen spezielle Bakterien im Boden ermöglichen, die den Diesel quasi auffressen. Gut, ich hoffe, dass es sowas gibt und dass sowas auch Erfolg hat. Es zeigt sich aber, dass auch der Transport solcher Rohstoffe wie Diesel und Benzin erhebliche Umweltgefahren mit sich bringen. Dann hat mich noch der Zuschauer Axel auf eine Meldung von n-tv.de hingewiesen. Dort wird getitelt, BP sieht Ende des Ölzeitalters. Und das empfinde ich schon als erstaunliche Nachricht. Mehr als 100 Jahre lang konzentriert sich der Ölriese BP auf fossile Brennstoffe. Damit ist nun Schluss, also was die Konzentration angeht. Denn natürlich werden die weiterhin Öl fördern und auch Öl verkaufen. Künftig soll nur noch grüne Energie erzeugt werden. Der Strategiewechsel findet auch unter dem Einfluss der Corona-Krise statt. Die Nachfrage nach Öl soll laut Konzernanalyse bereits sinken. n-tv.de schreibt weiter, die Experten von BP haben drei verschiedene Szenarien für die Entwicklung der Öl-Nachfrage berechnet. In zweien gehen sie davon aus, dass der Höhepunkt der Nachfrage bereits 2019 erreicht wurde, dass also zukünftig die Nachfrage nach Öl nur noch sinken wird. Im dritten Szenario erreicht die Nachfrage um 2030 ihren Sinn. Wir alle hoffen natürlich, dass sie möglichst mit den ersten zwei Szenarien tendenziell recht behalten und wir es als Gesellschaft zumindest mittelfristig erreichen, mit dem Verbrennen wertvoller Rohstoffe aufzuhören. Und natürlich haben wir auch gemeinsam auch in dieser Woche wieder die Liste der brennenden Verbrenner zusammen gepflegt. Diesmal habt ihr mich wirklich mit Nachrichten regelrecht zugeballert. Ich bedanke mich bei den Zuschauern Hermann, Axel, Peter, Udo, Till, Erik, Heinz, Oliver, Sven, Christian, Thomas, Burkhardt, Frank, Wolfram, Uwe, Erik, Holger und Albert. Vielen Dank für eure Einsendungen. All die Zuschauer haben mir Nachrichten zu brennenden Verbrennern in der Regel aus lokalen Medien zukommen lassen. Und wir werden diese Liste der brennenden Verbrenner so lange weiter pflegen, wie ein brennendes Elektroauto weltweit Schlagzeilen macht, während ein brennender Verbrenner ja in Wirklichkeit niemanden hinter dem Ofen hervorloggt. Ja, und da kommt jetzt auch schon The Community Corner. Der Zuschauer Dirk hat mich auf nachfolgende Veranstaltung, die am 3. Oktober in Nordhausen stattfinden wird, hingewiesen. Die nennt sich Zweiter Mitteldeutscher Tag der Elektromobilität. Am Samstag, den 3. Oktober von 10 bis 18 Uhr kann man dort entsprechend die Ausstellung besuchen, wo sich alles um das Thema Elektromobilität dreht. Der Eintritt ist frei. Mehr als 40 Aussteller für E-Bikes, E-Cars und E-Sonderfahrzeuge werden vertreten sein. Die Landesenergieagenturen von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt veranstalten gemeinsam mit der Intrasol GmbH aus Nordhausen und der Cleantech-Initiative Ostdeutschland den zweiten Mitteldeutschen Tag der Elektromobilität. Wie bereits im vergangenen Jahr können sich alle interessierten Bürger und Bürgerinnen beraten lassen und Elektrofahrzeuge aller Art auf dem Verkehrssicherheitszentrum testen. Also, wenn ich es richtig verstehe, könnt ihr die Fahrzeuge dann auch fahren. Und das finde ich natürlich super. Da gibt es einen Daumen hoch dafür. Den Link zu Facebook, wo ihr weitere Informationen zu der Veranstaltung findet, findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und besonders schnell müsst ihr es sein, wenn ihr euch den Skoda Enyaq Elektro-SUV mal in Person, also live, anschauen wollt. Denn am 17. und 18. September ist das in Berlin möglich. Wie die Internetseite breaking-elektro-news.de berichtet, wird das Fahrzeug im Rahmen des Greentech-Festivals im Berliner Kraftwerk erstmals in Deutschland zu sehen sein. Besucher können den Skoda-Stand sowohl vor Ort als auch bei einem virtuellen Rundgang erleben. Beim Greentech-Festival in Berlin kommen Unternehmer, Tech-Fans und Besucher zusammen, die sich über innovative grüne Technologien informieren und austauschen wollen. Für die Öffentlichkeit öffnet das Festival am 17. und 18. September. Das heißt also, es geht heute schon los und ist morgen noch möglich. Ihr müsst also schnell sein. Der Zuschauer live hat mir dieses Foto von einem Plakat am Straßenrand zugesandt. Hier ist zu lesen, hier entsteht ein Tesla-12-Familienhaus, energieeffizient gebaut und gefördert durch das KfW-Programm 40+. HNA.de berichtet, dass auf gut 3000 Quadratmetern Fläche der Wolfhagener Unternehmer Wolfgang Heinisch und seine Frau Berner ein Haus mit 19 Wohneinheiten bauen wollen, welches neue Maßstäbe setzen soll. Insgesamt sollen mehr als 3 Millionen Euro investiert werden und die Philosophie des amerikanischen Milliardärs Elon Musk und die technischen Entwicklungen seiner Firma Tesla spielen eine zentrale Rolle. Es soll ein möglichst hoher Autarkiegrad erreicht werden. Man möchte also möglichst netzunabhängig mit dem Haus sein, energieunabhängig. Finde ich auf jeden Fall ein tolles Projekt. Und dass man das gleich werbewirksam Tesla-Haus nennt, ist natürlich auch eine gute Idee. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was aus diesem Projekt letzten Endes wird. Dann hat mir der Zuschauer Ralf noch eine Nachricht geschickt. Er schreibt, Moin Michael, heute Morgen Polestar 2 beim Laden erwischt. Er hatte den Wagen 5 Tage und war sehr zufrieden. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt. Liebe Grüße, Ralf. Hier sieht man dann auch das gute Stück in schwarz-metallic. Ich muss sagen, mir gefällt der Polestar 2 richtig gut. Er hat ja auch eine praktische große Heckklappe. Das heißt also, hier der ganze hintere Teil öffnet sich. Und damit hat man auch viel Stauraum, viel Möglichkeit, hier auch sperrige Güter einzuladen. Deshalb ist das durchaus ein Auto, was ich interessant finde, aber preislich halt in der Region, wo ich nicht so ganz hinkomme. Was mich auch nicht so besonders beeindruckt hat, ist die Ladeleistung, die mir der Ralf jetzt hier nochmal per Foto mit zur Kenntnis gegeben hat. Also hier haben wir 13,8 Kilowattstunden, die das Auto in 16 Minuten geladen hat. Und er scheint auch jetzt nicht an einem reinen 50 kW Lader zu stehen. Ja, ist jetzt nicht die Welt, ist okay. Aber natürlich, das können andere Hersteller mittlerweile schon besser. Aber unabhängig natürlich, herzlichen Glückwunsch zum tollen Elektroauto, an den neuen Polestar 2 Besitzer und allzeit knitterfreie Fahrt. Ja, und da kommt jetzt auch schon... Haha, I found an Error. Ja, und auch diese Woche stellt keine Ausnahme dar. Es gibt auch diesmal wieder eine Errorbeschuldigung. Diesmal seitens des geschätzten und langjährigen Zuschauers MV. Der schreibt unberechtigterweise... Haha, I found an Error, 13,14, www.emotionruhe ist keine E-Mail-Adresse. Bin gespannt, wer da in der Redaktion wieder gepennt hat. Wir schauen uns erstmal an, worauf der MV direkt anspielt. Hier haben wir die entsprechende Passage aus der letzten Ausgabe. Unter der E-Mail-Adresse www.emotion.ruhe findet ihr Informationen dazu. Wir hören hier also eindeutig, dass ich von einer E-Mail-Adresse und nicht von einer Internet-Adresse spreche. Und an dieser Stelle, lieber MV, lehne ich mich ganz entspannt zurück. Denn diese falsche Errorbeschuldigung kann ich so einfach wie noch keine ausräumen. Denn... Ja, was gibt's denn? Ja, die Chantal fragt wegen dem Boulest-Tanz und der Schritte für Sonntagabend. Sie bräuchte eine Hilfe, ihr fehlt einfach dein Taktgefühl. Oh ja, das ist wichtig. Da muss ich kurz danach gucken. Ah, ganz auf und erledigt. So, haben wir das auch. Oh, da stelle ich gerade fest. Uns läuft die Zeit davon. Wir haben ein bisschen überzogen. Das heißt, ich bleibe euch heute die Erklärung schuldig. Aber es ist eh jedem klar, warum der MV da natürlich uns unberechtigterweise einen Ehre unterstellt hat. Es bleibt also dabei. Die Breaking Electro News sind absolut fehlerfrei und perfekt. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei allen Zuschauern bedanken, die mir Nachrichten haben zukommen lassen. Mit Informationen über brennende Verbrenner, mit Neuigkeiten über Elektroautos oder Fotos von ihren eigenen neuen Elektroautos. Vielen herzlichen Dank für eure Einsendungen. Ohne euch wären die Breaking Electro News nicht möglich. Ich bitte euch auch weiterhin hier an die eingeblendete E-Mail-Adresse entsprechende Nachrichten zu senden. Vielen Dank dafür. Ansonsten soll es das für die heutige Ausgabe der Breaking Electro News gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch. Oder wollt ihr die nächste Sendung am Ende verpassen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.